Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 12. Oktober 2017 Es werden Missverständnisse geben in unserem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder ein Verein oder eine Partei. Diese Missverständnisse können sogar zu Streit führen. Es ist wichtig, dass wir nicht schweigen, sondern wir sagen klar und deutlich das, was wir denken. Es kann natürlich dazu führen, dass diese Freundschaft zu Ende geht, dass wir die Partei oder die Verein verlassen, aber es kommt etwas Neues und es wird uns begeistern. In dieser Situation verlieren wir emotional das Gleichgewicht, aber das Neue wird uns begeistern. Also wir finden wieder die innere Ruhe, wir finden wieder das inneren Gleichgewicht. Es gibt Hindernisse bei Bewegung. Es läuft nicht so voran, wie wir das wünschen. Bewegung, das kann natürlich auch das Auto bedeuten, dass eine oder andere heute eine Autoreparatur haben. Diese Energie, diese kosmische Energie, was unseren Alltag beeinflusst, das ist eine Information. Sie können die Fragen stellen. Wie trifft es mich persönlich oder was soll ich tun? Was soll der nächste Schritt sein? Und das können Sie gerne als Blitzberatung buchen. Bitte dazu schreiben, meine persönlichen Himmelsbotschaft. Ich benötige dazu auch die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich werde diese E-Mails blitzschnell beantworten. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.